Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Oh, sehr gut. Ich plan's die an. Ja, mach ich. Ich plan's die einfach mal bei den Karotten. Okay, dann lass ich's doch mal so, wie's ist, ja. Ja, ja. Boah, das ist echt grade voll kacke zum Gucken hier. Einmal den Bogen dabei, das ist ne ganz schlechte Sache. Ja. Aber das find ich lustig, wenn man auf deine Rüstung schießt. Ong. Kann es sein, dass ihr die Fackeln hier mitgerissen habt? Ja, klar. Hab ich teilweise mit abgerissen, sicher. Ja. So, die standen aufm Zaun, ne? Ja, richtig. Schon mal wieder welche hingepflanzt. Ansonsten der paar Probleme. Alter, wo du hinguckst, ist es hell, weil da überall Fackeln stehen. Ich bin sowieso dafür, dass wir irgendwann auf Glowstone umbauen. Ja. Ja. Brauchen wir Wasser und Lava, damit wir Obsidianen machen können. Genau. Wasser haben wir ja hier überall genug. Brauchen wir eigentlich nur Lava im Eimer. Wir könnten uns ja ein kleines Lava-Becken hier oben sowieso irgendwo anlegen. A, hält es die Mobs fern und B, haben wir dann auch Zeug, wo wir Müll entsorgen können. Boah, wenn ich auch nur einen Meter weit gucken könnte, ne? Ruf doch zwei Meter weit. Ich sehe echt überhaupt nichts, wenn die Sonne hier auf dem Bildschirm scheint auch noch. Dann ist komplett vorbei. Ja. Machst du dir eigentlich keine Gedanken, dass hier Mobs in den Stall kommen? Warum? Kommt keiner rein. Spinnen zum Beispiel? Ja, der ist aber ausgeleuchtet. Wann ja nur. Also die einzigen, die da theoretisch reinkommen können, sind Spinnen. Und da mache ich mir jetzt keine Altshosen. Gut, was hier oben noch der Fall ist, aber das müssen wir dann halt noch ändern. Warum haben wir hier eigentlich so einen? Ich mache das am Tag. Aber die können theoretisch noch einfach aufs Feld hinterher laufen. Das heißt, dieser Erdwall hier muss weg oder tiefer auf jeden Fall. Also so, dass die halt nicht mehr hochkommen. Ja, eine. Einfach einen hier. Ein Block hier einfach weg. Fertig. So, jetzt ist die Sonne kurz weg. Jetzt sehe ich auch, wo ich hinlaufe in der Nacht. Das ist wichtig. Der Vorteil daran, wenn man Creeper antrifft, die machen kurz Licht, wenn man auf die draufhaut. Nein. Wo habe ich denn das Zuckerrohr? Ähm, äh. Warum hat der eine Eisenschaufel? Wo ist er? Der hat denn das Zuckerrohr komplett abgerissen. Ich nicht. Benni, wo bist du? Ich bin... Der ist schon tot. Oh shit. Da war eine Hexe. Wo denn? Scheiße, ich bin... Ich bin tot. Hundertprozentig. Wo ist denn die Hexe? Nee, auch nee. Ich komme hier nicht raus. Hinter dem Feld. Hinter dem Feld. Oh, scheiße. Mario, wo bist du? Alter, die wirft immer mehr Scheiße nach mir. Ich bin hier hinterm Stall. Ja, komm mal hier zum Haus. Wenn ich jetzt beklatze wie ein Piñata, dann immer in einem Haus. Boah. Bist du beim Haus, Mario? Na, Creeper. Oh, Creeper. La, 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 la. Ich mache hier gerade Marathon. Wir sind... Sie sind mir alle hinterher. Ja. So, jetzt bin ich am Haus. Ja. Warte, ich muss ganz kurz auch noch mal zurück zum Haus. Hallo, Nick. Warte. Hallo. Zwar. Komm mal raus. Dies, äh... Also, Leute, ihr solltet, wenn ihr Zuckerrohr erntet, ne, dann solltet ihr das untere... Flütze püppel, flütze püppel, flütze püppel. Dann solltet ihr das untere immer stehen lassen, damit das wieder nachwächst. Noch ein Zombie. Ah, da, da, Hexe. Ah, ha, 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 ha. Nein, 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 nicht platzen, nicht platzen, nicht platzen. Ich gebe mal in die Ecke, ne? Äh, ich habe die Hexe gerade down gemacht. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, weil... Ich habe da nämlich gerade auch Probleme gehabt mit der Blöden. Hast du der Hexe auch gesagt, Wunsch ist Wunsch, oder was? Ja, ähnlich. Alter, Nick, der hast es aber gegeben. Ja. Ich spiele einen Ping-Pong mit dem. Oh. Ich geh mal kurz zurück, mein Schwert ist auch gut. Jo. Essen, essen, essen. Oh, nicht hinlegen. Essen! Der Gerd sollte sich vielleicht sein Bett mitnehmen, damit wir uns nachts dann auch alle hinlegen können und der Gerd sich dann einfach kurz in der Höhle hinlegt. Meinst du? Ja, das wär total sinnvoll. Könnt ihr ja noch eins machen. Ja, dann macht ihr doch eins, dann können wir uns alle hinlegen. Ich mach mal schnell einen. Ja, genau. Ist denn im Moment Tag, oder? Nee, es ist Nacht. Es ist Nacht, Senorita. Äh, ich brauch ein Holz, äh, Brett. Eichenholzerold. Achso, das ist, die groß außen, ne? Ja, draußen in der Kiste liegen genug. Ja, oh ja. Ja, ich seh's. Dann sag Bescheid, wenn Tag ist, komm ich mit. So. Soll ich helfen beim Ernten, ne? Ja, ich glaub, so viel ist hier momentan noch nicht zu ernten. Ja, wir können doch einfach alles abernten hier. Nee, dann, ich mein, dann kriegen wir zumindest noch das Weizen ab. Wahrscheinlich so, als hätten wir. Wir können gar nie genug Weizen haben. Ja. Ich baue mir mal einen Eimer. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ach, das ist doch scheiße. Wie baut man sich nochmal einen Eimer? Weißt du, fahr ich die ganze Zeit wieder Sheetwetter, ey. Und jetzt geht's wieder los. Nein, ich will keinen Kessel, ich will einen Eimer. Einen Eimer baust du mit drei Eisen. Drei nur? Ja. Hä? Das denn? Ja, ähm, Mitte links, Mitte rechts und unten Mitte. Ah, danke. Eine Kuhle, Adam. Es ist nach Senorita. Eimer nach Senorita. Ladadadadam. Ich will diese ganzen Mob-Eingänge, die die jetzt hier mal gesprengt haben, jetzt mal mit Wasser füllen, damit da nichts mehr rausbaut. Alter, das kannst du hier voll vergessen. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, mach die Augen auf. Ja, das klingt leider überhaupt nichts. Pass die Augen auf. Nee, ich könnte hier genauso mit geschlossenen Augen spielen. Da würde ich genauso viel sehen. Sobald hier die Sonne auf dem Bild erscheint, ist es vorbei. Ja, mach Rollo runter. Ja, ich habe keinen richtigen Rollo. Das ist doof. ario, Hermann. itter und Mattias Exacte. What? Creeper-Skelett-Spinne. Ja, ne, ist klar. Wie lang ist denn noch Nacht? Ach, wird jeden Moment Tag, okay Auch gut Gehen wir eigentlich noch mal in die Höhle, die wir mal gefunden haben Oder hatten wir da schon alles gesehen? Aber Chris und Benja haben noch was gefunden So ein riesen Dings da Da könnten wir eigentlich zusammen mal hingehen, würde ich sagen Oh, wie assi, das Skelett hatte einen verzauberten Bogen Aber nicht gedroppt Weiß, wo das ist Den Creeper habe ich mal netterweise einfach im Wasser Nick, warte Wie brauchst du denn Nick? Ich habe mir schon selber welche gemacht So So ein Steiner habe ich dabei Und ein ganz kleines bisschen Eisen nehme ich auch mit Damit wir uns da unten so ein bisschen was neu bauen können Sofern wir das brauchen Ich habe einen Ofen aber Bei Ja, was egal Ich habe trotzdem ein bisschen Eisenbahn mitgenommen Ich weiß nicht Mayo, möchtest du auch mit runterkommen? Gleich Essen sollte man noch eventuell Okay, dann warten wir noch kurz Bin hier oben gerade Wenn wir mal 16 Brote einfach machen Benni hat was größere Guck mal, Mario hat so wenige Pfeile Dann kriegt er noch einen So, jetzt müssen wir vielleicht eventuell auch Brot und ein paar Pfeile mit Wo kam der denn jetzt her? Ich muss jetzt erstmal hier alt lasten Scheiße Wo kommen die denn her? Ich habe neue Pfeile angefangen Ich gehe doch Bugog, Bugog So seid ihr behörden soweit? Ja Nein Nicht? Okay Das brauchst du ja Ich gehe gerade erstmal das ganze Volk ab Immer nämlich auf jeden Fall noch Ich habe oben mitgenommen Ich werde glaube ich eine neue Mine anfangen Weil hier laufen mittlerweile sogar Creeper rum Ja, die musst du nutzen Lock sie dir irgendwo hin Und lass sie dann da explodieren Wenn du aber nicht damit rechnest Dass die hier rumlaufen Aber die wirst du ja nicht Ja, aber dann gehen die ja meistens schon recht zeitnah hoch Ja, eben Ich gebe die Mine hier auf Keinen Sinn Ich nehme mal die Fackeln Ich gehe schon mal runter So Ich sehe gar nichts Also nicht viel Wann mal was hier Nee Den ganzen Bruchstein und so weiter Kann ich alles hier unten lassen Kannst du in die Lava schmeißen Wobei kannst du auch ein bisschen was mit hochbringen Ich sehe leider überhaupt nichts Das sieht jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme voll bescheuert aus Aber das ist halt echt kacke Bruchstein und so kannst du ein bisschen was mit hochbringen, Gerd Damit wir Ah, so weit oben Okay Ja, aber ich Also Ja Was ist mit Andresit und Andresit Ja, bring das Zeug ruhig mal mit Ja, aber keine 50 Stacks Oh, Gold habe ich auch gefunden Ja, Gold auf jeden Fall mitbringen Ja, das ist klar Ich bring mal drei Stacks Äh, Bruchstein mit Granit brauchen wir aber nicht So, hier ist Redstone bring ich mal mit Ist noch einer ohne Rüstung? Ne, Rüstung habe ich komplett Obwohl, die ist Ziemlich kaputt Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt dann irgendwie reingehen wollen oder Ich würde mal sagen, unser Blatt nicht übrig Mal, ob wir hier irgendwie runterkommen Du könntest es auch riskieren und einfach runterspringen Ne, bestimmt nicht Weil da unten ist Wasser Ja Ja, Wasser kommt doch wieder gerade von Genau, wollte ich gerade sagen Wasser kommt gerade von oben Aber da ist auch eine Menge da Ja, aber hier, wo ich bin, nicht Liefer Untertitelung des ZDF, 2020